Wenn ich dann was für eine Küche, wenn ich ja Salz brauche, dann nehme ich immer die Packung Meersalz. Steht zwar auch 500 Gramm drauf, aber bei der Meersalzpackung steht ja drauf, ist Meersalz drin. Deswegen dann die Packung, kann das genauso viel kosten. Dann nehme ich einen Fuchs. Dürfen wir es nicht finden. Dürfen nicht fragen. Und dann... Geistig. Ja, das stelle ich mir aber vor. Ich lerne, wenn ich meinen Führerschein mache, dann muss ich alles ummähen, weil die doof sind und sich nicht benehmen können. Oh, ich bin Platz 1. Okay, ich lerne gerade. Ich muss nur genug meckern. Dann sagt das Universum, okay, Jan, ich lenke es, dass es nun funktioniert. Es ist in Ordnung. Ich habe vernommen. Ich muss also immer nur genug an allem rumjammern und meckern und dann macht das Universum, dass es geht. Das werde ich jetzt für den Rest des Lebens fest in mein Tagwerk integrieren. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich muss ja nur meine Umwelt ausbaden. Ach, komm, nehmt mich nicht so ernst. Ähm, weil ich heiße auch gar nicht ernstlich, alter Jan. Bist du denn da jetzt rüberkommen? Jetzt sag nicht. Habt ihr das gesehen? Ich habe Gleiten, Doppelsprung und das komische Wirbelzeug kombiniert. Boah, war gut, ne? Da gibt es nicht alles Sinn. Das klingt wie Ari am Frühmorgens, wenn er aufstehen will. Pflanztopfe euch auch gleich ein. Was denn? Wir sind lieb, Ari. Wir sind lieb. Also. Ja. Alter, der war doch schon auf dem Rücken. Aber na ja, das kann ja nicht jeder so gut programmieren, wie ich das im Spiel, das auch erkennt, wenn ein Gegner technisch gesehen nicht mehr gefährlich wäre. Nicht mehr gefährlich. Nicht mehr gefährlich. Nicht mehr gefährlich. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Hm. Ah. Ah. Knapp. Also, wer hätte denn Interesse an einem... Hau. Hau. Aua. Das hat mir sehr beim Rorway getan. Ich konnte auch schon mal bei einem Disconnect noch mit jemandem über Discord reden. Das war halt ein Disconnect, aber kein Discord-Nect. Ich habe noch einige... Au, au, so. Mit sandgefüllten Krebschen. Au, au, so. Ach, schön. Ari hat Aussätze. Hängt die Platte. Au, au, so. Ah, woher kenne ich die denn? In Spanien vielleicht. Gefällt mir gerade richtig. Nein, sowas tue ich nicht mit einem schlechten Gewissen. Ich meine, es ist ja in Ordnung, dass ich Mario so egal bin, dass er mich morgens nicht mit sanften, roten Teppichen ausgerollt weckt. Wie ich es die letzten vier Tage gemacht habe. Ich sollte vielleicht mal mein Handy nicht auf lautlos stellen, wenn ich penne. Hast du den böse Test mit Nachthara gemacht? Ja, ich lebe noch. Nachthara klingt gar nicht nach Österreich. Ja, das ist richtig. Nachthara hat gelernt zu sprechen. Ja, Nachthara hat gelernt zu sprechen. In Österreich hat man ja immer so darunter sieht der Rund, da drübte, drübte, drübte. Nee, das war ja Schweiz. Das war Schweiz. Das war gar keine Sprache. Nee, das ist schweizerisch. Darunter sieht der Rund, drübte, drübte, drübte. Ich habe hier keine Schweiz. Was denn? So klingen die. Du verstehst kein Wort und du hast gar keine richtige Nö, 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 nö. Das ist ein normaler Satz. Der Schweizer Satz ist Das ist unglaublich. Das geht, als ob die irgendwie auf so einem Presslufthammer sitzen. Und der Fuchs in Lederhosen. Klar. Leder klatscht besser. Oh, oh Gottes Willen. Heu, 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 heu. Ah! Ah. Gut. Weg, 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 weg. Oh, Gott sei Dank. Alter Schwede. Und wie gesagt, also das ist ja wohl sauschwer, ne? Oh. Oh, ich bin noch gesprungen. Ich bin noch gesprungen. Alter. Ich bin noch gesprungen. Was? Ich hau dich. Ja, ich hau gleich alles. Oh, ich bin noch gesprungen. Oh, ich bin noch gesprungen, Leute. Mit meiner Sprungtaste lau. Oh. Guck dir das an. Das geht oft nicht. Aber liegt ja an der schlechten Programmierung des Spiels. Das ist nicht an mir. Ich drück doch manchmal. Was willst du denn von mir? 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 Warte mal, Jan hat einen Move vergessen. Könnte das der hier sein? Hey, du kleiner Mist. Ich werde dieses Schwein in die Pfanne hauen. Ich werde einfach das Viech in die Pfanne hauen. Ah! Die kriegt einen Herzinfarkt. Hallo, Schlange. Gehen wir sie? Ah! Wofür das denn hin? Oh! Wow! Ups! Frech! Aber jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Hier war ich nämlich nicht. Wow! Frech! What the fuck sind die hier mit den Leben sparsam? Nicht alle tun erwischt. Naja. Wow! Ah, jaja, ja. So nicht anders. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Scheißkorpion! Oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Dieses Spiel macht mich irgendwann wahnsinnig, ne? Oh! Ist das nicht putzen? Ist das, wenn du verlierst? Es belohnt dich noch fürs Verlieren, weißt du? Simon! Aber wir sind doch beim Du, also Du-Mon.